Ich seh gerade hier steht einfach ein ähm Na Raptor von warum liegt hier Stroh rum Direkt neben dem Ding wo ich im Taim bin LOL Man kann mit der Pistol Muni Kraki noch taimen WTF ich hab gerade auf den 140er Kraki noch dreimal geschlafen Weil ich halt nicht runtergegrappt werden wollte Und auf einmal ist er einfach unconscious Alter Lass uns ein paar Krabben zählen Bei 3 Schuss für den 140er Bei 3 Schuss für den 140er Da brauchen wir überhaupt nicht viele für ne Max Level Wobei da jetzt halt auch steht Tameable by anyone Ich weiß halt nicht ob's Ja klar Wenn du jetzt was einpackst Ich hab aber deiner Hm Jemand anderes kann den halt jetzt auch zählen Tja egal Lel alter Ja Ja Aber damit wäre offiziell bewiesen Dass das Ding Trank Damage ähm Also na Explosionsschaden macht Und damit aber halt auch tranken kann Was ist das Shit? Das ist das Shit Ich hab nicht da nicht Du kannst ja einfach auf die Steinwelt auf dem Tor Machst du 1500 Schaden Ne 2000 manchmal sogar Du hast halt so ne Türe Hast du mit 4 Schuss weg Ich geh halt mit der Piste immer davor Und macht die Türe auf Lel hier Eier hat ein Ravager vorbei Kissen Ich hab ich dir schon äh Gleich nach der Pause gemusst aber Ich wollte die Aufnahme gleichzeitig starten Auch gut Auch gut Läu Xidia Vor mir läuft Xidia lang Nice Soll ich den mit der Pistil weg Ja egal Komm Der 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 ich bin auf dem revancher gelandet und hat einen sattel drauf gemacht welche richtung ist er gelaufen richtung der gasquelle über dem portal mann wieso hätte ich so schlecht ach gatt ey ich krieg den bis übermorgen nicht wenn ich so weiter werfe das stimmt zwar mich an die wingman folgen erinnern wie sie es bisher gemacht haben und als ich sie hier getroffen habe waren sie auch zu zweit unterwegs kann sein dass er dich irgendwo hinlockt dass du das für ein beam gebullert wirst oder das beam irgendwo mal der sniper auf dich aimt ja er hat die gelegenheit genutzt und hat sich irgendwo im gebüsch versteckt ach keine ahnung oder ich dreh jetzt wir können wir können schon noch ein bisschen suchen ich bin gleich da auch richtung gasquelle gelaufen ist ja schon da nach oben oder ja also quasi hinter dem see geht er links zu der weg hoch und da sind wir noch drauf gewesen ja ich gucke auch mal ein bisschen rum ich habe sie auch da in der nähe getroffen vielleicht wohnen die hier in der nähe das wäre natürlich ganz nice hier springt einer vor mir rum bist du das kann gut sein ja ich spring jetzt hier einfach quasi auf der stelle ja das bist du ja ja ich war erst nicht sicher also ich hätte einen shot wahrscheinlich relativ gut landen können aber hatte da ein bisschen angst zu bist du sicher dass er nach links hoch ist oder denkst du der könnte auch da zum parka gelaufen sein ja ich glaube schon dass er links hoch ist also ich hatte ihn bis hier oder so gechacet und dann ist er halt hier irgendwo war ein nice bisschen mad boost das stimmt ja die viecher sind jetzt schon ziemlich gut noch mal in der belauf leben regenerieren können mit der 10.000 leben noch in dem kassen zettel ja man hat auch 9200 direkt nach dem themen gehabt ja das sind sowohl obwohl das können noch andere aber eine bunte hat hat noch ein viech geboren hat oder die ständigen wollen wir mal die viecher von dem weg das nicht abkommen können hat er keine hose welche auf die hose geschossen 1400 damit waren nicht die beiden ja und ab hier richtig scheiße hat noch mal einen hit player ja der raptor ist bei einem hier tot ich dachte eigentlich der wäre schon tot ok dann schieße ich auf den raptor ok soviel der mensch kriegt er aber nicht er wird meine feste vielleicht nicht wo seid ihr hin weiter die brücke hier hochgelaufen also hier links halten das sind die eierdiebe glaube ich bei der base von den eierdieben also richtung über unsere base wir kommen dir wieder entgegen ich glaube ich kenne es damit noch mehr da hat schon keine mehr ich habe kurz die gelegenheit genutzt dass du wieder da bist und kurz meine waffe nachgeladen schade schade Also ich muss sagen, die Ammo ist dezent geil. Ja. Hat sich gelohnt. Klein Perfekt 200%, äh ja fast 300%. Ja, nice. Ja, meine drüben hat einen Gangneck dabei. Ja. Keine Ahnung, echt lang. Keine Ahnung, die Rüstung ist auch für den Arsch eigentlich. Das sind die Ways noch reingucken, oder? Ah ja, stimmt. Wobei ich danach nochmal Ammo brauche, ich habe jetzt im Moment... 46, ich kann dir 20 abgeben vielleicht. Ah, ok. Mach mal auf, komm. Du hast ein bisschen Ammo noch, oder? Ja. Ok, ich vergesse Takt. Hier Törz? Ne. Schau mal die Schneis. Wenn ich hier den Pillar wegschießen, dann ist die Base offen. Da kommt noch ein Raptor dazu. Ja, man zeigt schon, naja. Ich beiß kurz den Raptor, ich habe hier nicht mehr so viel Ammo. Alter, der ist... ich dachte, er hätte ich gesagt, der ist lower. Ich glaube, der ist eh schon blutig. Nein, ich habe da einen Fick gewollert, frage ich. Alter, wie der Wunsch von Raptor, der sich sowieso nicht bewegt. Ja, weil er sich halt die ganze Zeit irgendwie um uns rum bewegt hatte schon. Sehr gut, jetzt ist es auch nicht so schwer, dass ich zugritte. Hm. Ok. Ja, nice. Jetzt zum Thema, du hast wirklich Money. Ich hatte noch zwei Schuss, jetzt habe ich noch einen. Du hast... die Money hat gereicht, um die ganze Base zu vernichten. Hey, die hatten sogar noch ein paar Red Gems. Nice. Die hatten 400 Gars. Oh nein. Wo hatten die denn 400 Gars her, Alter? Ja, unsere Quellen vielleicht. Warte mal, hatten die ja Betten? Ah ja, hier. Also Betten sind... Alter, die hatten richtig hart viel Rohmetall. Ich habe dann schon ein bisschen Gewicht gelevelt. Okay. Hier noch drin. Ja, geht so. Ich komme jetzt ein, das Rohmetall. Schmeiß mal ein paar Sachen rein. Schaden. Schaden. Ach komm, die 2.000 Grüner nämlich auch mit. Dann brauche ich. Ich brauche mir die auf jeden Fall nicht mehr farmen. Ich habe schon 5.000 Stück liegen lassen. Und ich bin ja eh nur 100. Es ist halt auch geil, so. Haben den kompletten Metal Cube. Und gehen halt einfach da und, weil sie einen fucking Steinpiller gebaut haben. Und so. Das ist auch schon wieder so typisch eigentlich. Ja. Die haben sogar noch das Steinpiller in der Kiste. Oh, 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 oh. Dann sind wir es ja zubauen vielleicht. Ja gut, aber die haben auch, ja, eine Steindecke. Ja. Aber trotzdem. Der Steinpiller war richtig. Nein. Die ganze Metallwand abgerissen. Wegen einem Steinpiller. Ja. Oh Mann, ey. Naja. So was freue ich mich jedes Mal. Äh. Ich eier wieder nach Hause. Ey, warte mal. Wo kommt man denn hier oben hin? Ja, eben. Das ist doch die Geaskwelle, die da oben gesetzt haben. Echt? Ach. Lol. Ich bin letztes Mal mega umständlicher hingelatscht. Ja. Ich weiß. Hä? Ich dachte, du willst die Geaskwelle noch looten. Achso, ja. Hatte ich halt vorher. Also wir können schon, ja. Ich krieg den Punkt nicht zum Draufspringen. Neiß. Dann krieg ich kein Kost. Dann krieg ich kein Kost her. Keine Ahnung. Muss ich hingucken. Jetzt. Da muss ich da oben gucken. Ja. Ich hab halt schon 700 Gas dabei. Wenn da oben jetzt nochmal 300 drin sind, dann müssen wir 1000. Ja, schauen wir mal. Naja, 47. Ja, dann waren es wahrscheinlich die 400 Gas, die hier drin hatten. Ja, gut. Wobei ich hatte das halt auch vor einiger Zeit ausgeleert. Also ich glaub schon, dass die sich bei uns bedient haben. Gut, vielleicht haben wir halt wirklich gerade unser Gas zurückgeklaut, ne? Das ist halt eigentlich schon ganz nice. Was weiß. Ja. Dann das Basen neben den anderen Gasquellen suchen, die beklaut wurden. Äh, joa. Gehen wir mal wieder nach Hause, oder? Ja. Ja. Ich würde halt eigentlich schon ganz gerne noch irgendwie ne ordentlichen, oder ne ordentliche Menge halt an Red Gems holen und, keine Ahnung, irgendwie noch loseuern halt eben dafür. Ja, wir haben unsere durchsteckende Konkurrenz ausgeschalten. In Bezug auf den Namen. Ja, stimmt. Ah ja, wir haben uns unser Gas geklaut. Dann auch rund. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall für Recht und Ordnung gesorgt. So, was? Ja. Ja.